so jetzt ersetzen wir mal die zehn brimstone die hier fehlen ich meine während wir hier darauf warten dass auf der einen seite geflattet und auf der anderen seite der quarry abgebaut wird können wir ja auch ein bisschen spaß mal haben oder schön was bringen wir die jetzt kann sie nicht in die luft ja auch 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 Vielen Dank. So, mal kurz gucken. Hat der hier noch Munition? Nein. Okay, dann gib es wieder ab und mach neue Munition. Okay, dann gehen wir mal Fässer sprengen. Ihr seid doch echt welche. Okay. So, da fängt er die Treppe weg zu brechen. Bringt viel, Otto. Das macht lustige Geräusche, aber ansonsten... Ja. Wir hatten wenigstens unseren Spaß kurzzeitig, aber... Ja. Das hat was ein bisschen von der Deckschicht und ein Kreuz... Blubb... Weckgebratzt und das war's auch schon. Also ja, haben wir uns mehr erhofft. Denk ich mal. Oh, wir starten uns zwei Augen an. Sieht sehr lustig aus, dass die Musterung hier... Und auch hier... Also wenn man es ganz genau nimmt... Nehme ich mal kurz die... Wurde das weggesprengt... Und das wurde weggesprengt... Und das wurde weggesprengt... Ja... Ah, Koop-Buhn... Alle Brickthorns fleißig... Alle Brickthorns fleißig... Du holst ja auch noch... Da mal... Brimstone... Damit wir... Wie da auf 880 sind... Also die Kiste voll haben... Dann komm du mal kurz her... Tun wir mal ein bisschen... Äh... ODST... Was OS... Ne, OST ist der Original Soundtrack... Also den... Sauberkeitsfimmel... Sag ich jetzt mal... Das alles ordentlich sein muss... Gut... Die Nacht wird wenigstens auch wieder etwas heller... Daimus ist gerade fleißig dabei... Zeug wegzuhauen... Was eben kein Stein ist... Weil er keinen Stein aufnehmen kann... Weil er einfach die 10 Grimstone im Gepäck hat... Die ich ihm gegeben habe... Mhm... Ja... Nee... Ja... Ja... also langsam könnte er auch mal was abgeben bevor er mir das ganze löchel ich will schweizer käse macht immer dein zeug abgeben auskoschen so Gut, Gong hat aufgeräumt. Wir sind bei der 2. Ebene los, ausgesetzt sie schaffen es nach da oben. Gut, Gong hat aufgeräumt. Ja, jetzt muss man gucken, die spawnen die Steine oder sammelt sie eine auf? Ich will mal was probieren. Achso, muss ich hier hin sagen, Jump Off? Ja. Okay. Man muss ihnen sagen, wohin sie runterspringen sollen, nicht von wo. Okay. Hm. Hm. Da hat wieder mal einer ein Steinchen liegen lassen. Da macht wieder mal einer Dreck. Okay. Wie sieht's hier aus? So, sieht schön aus. Ah. Könnte aber auch wieder etwas umpacklich werden. Das heißt, wir müssen auch das Stück da mal dann abtragen. Okay. Also wahrscheinlich als erstes, weil wir kommen auch wieder hier genau drauf zu. Also tragen wir... Also tragen wir... Das hier ab. Wissen wir was machen wir sonst doch einfach. Okay. 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 Damit ist die zweite Schicht weg. Die dritte schon ziemlich löchrig. Und hier fehlt auch schon wieder an der Seite ein Haufen. Okay. Wie viele sind's denn jetzt noch? Sieben. Ne. Zwei, drei. Ja, sieben. Ja, sieben. Wie viele? Warte. Ja, klappt's. Keine Ahnung, warum sie den Streifen da ignorieren. Hm? Okay, hab nichts gesagt Sie fangen halt irgendwo an Ja gut, ich würd mal sagen Wir speichern das Spiel mal wieder hier So, Save Override Hier ist richtig Save Override, bitte Und dann, komm mal du her, Deimos Das wollen wir jetzt noch zum Schluss, nachdem wir gespeichert haben, ausprobieren Na? Ja, Deimos begeht gerade wirklich Selbstmord Tschüss, Deimos Ja, und jetzt würde sich das halt wieder aufladen Das würde halt eine Ewigkeit dauern Aber Ist immer noch da zu sehen Ich weiß, es ist gemein Aber ich konnte es mir jetzt gerade nicht verkneifen Ich wollte es mal ausprobieren Ist er unten angekommen Und gleitet nun da hin Oder was macht er da? Äh Achso, ja Er ist ja zu einem Ding Ist zu einem Geist geworden Äh, jetzt muss ich gucken Wie ich wieder nach oben komme Stimmt, habe ich ganz vergessen Er wird ja irgendwann zu einem Geist So Genau, jetzt ist Deimos hier Ein Geist Er sollte aber bald auf respawn Wenn die Energie hätten wir ja schon zusammen auf einmal Äh, aber ja Und da ist er wieder Tut mir leid, Kumpel Äh, ja Wir laden Ja, eh Da ist das niemals passiert Okay Also Bis gleich, meine lieben Zuschauer Dann